Hallo miteinander! Zugeben, es gibt doch Witze, die kannst du nicht überall erzählen. Aber dieser, den ich von Edi aus den Hoffungen habe, passt jetzt immer. Zwei Webstübler sitzen auf der Terrassen eines Restaurants, wo nach 10 Minuten immer noch keine Bedienung kommt, sagt der ein zum anderen, Ah, schau dir das hin, Selbstbedienung! Der Streit beginnt in die Beine ziehen und hat zum Kellner gesagt, Guten Tag, ich möchte gerne ein Kaffee-Creme und einen Nussgipfel. Der Kellner hat gesagt, Kaffee-Creme ist gut, aber einen Nussgipfel haben wir leider heute keine. Aha, dann nehme ich das Cola und einen Nussgipfel. Ja, schon gut, Cola, ja, einen Nussgipfel haben wir leider keine. Aha, dann nehme ich ein Bier und einen Nussgipfel. Der Kellner hat gesagt, so, also verarschen kann ich mich selber, raus! Dann stelle ich raus zum Kollegen und hat ihm die Story erzählt. Dann sagt der Kollege, das ist auch ein unfreundlicher Kellner. Dem Kellner hätte ich den Nussgipfel zehnmal um einen Grind herumgeschlagen. Ja. 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 Mann. 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 Mann habe mir helfen.